Deutschland ist ein wohlhabendes Land, aber Sozialdemokraten glauben, dass sich trotzdem was ändern muss, weil wir als Land nicht gerecht und solidarisch genug sind. Zum Beispiel gibt es über 7 Millionen Menschen, die weniger als 8 Euro verdienen und dann müssen sie noch vom Sozialamt Unterstützung kriegen. Das finden wir ungerecht. Wir haben auch zu wenig Verdienst für Frauen, die haben 22 Prozent weniger. Wir haben viele Arbeitsplätze, die nicht sicher sind. Und das ist insgesamt ungerecht, genauso wie das aus denen, die wenig verdienen in ihrem Leben, dann nachher Altersarmut wird. Deswegen wollen wir den flächendeckenden Mindestlohn, gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro, gleiches Geld für gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung von Männern und Frauen und eine Solidarrente im Alter von 850 Euro, dass nicht die Leute in die Grundsicherung fallen, die deutlich niedriger ist. Insgesamt also eine Veränderung in Richtung auf ein gerechteres und solidarisches Land, in dem wir leben wollen.